Hi und ganz ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Freiheitsliebeleben. Heute geht es noch einmal um meinen Kleiderschrank, denn ich habe schon angekündigt, ich möchte euch meine Farbpalette vorstellen, die ich mir für meinen minimalistischen Kleiderschrank ausgedacht habe, denn ich bin dabei, mir eine Kapsel wardrobe zu erstellen. Bedeutet, ich möchte einen Kleiderschrank haben, der voller Lieblingsteile ist und zwar nur Lieblingsteile. Die Teile, die ich unheimlich gerne anziehe, die ich auch immer und immer wieder anziehe, Teile, die super einfach miteinander kombinierbar sind, Teile, die einfach zu tragen sind und die mir einfach Freude bereiten. Ich möchte keine ungenutzten Teile mehr im Kleiderschrank haben. Ich möchte auch keine Kleidungsstücke mehr im Kleiderschrank haben, in denen ich mich nicht wohlfühle oder mit denen ich irgendwelche schlechten Erinnerungen oder sowas verbinde. Ja, was ich gemerkt habe, seitdem ich überhaupt ausgemistet habe, sprich von so einem richtig maximalistischen auf einen minimalistischen Kleiderschrank zu wechseln, ist, dass ich einfach nicht mehr Ewigkeiten vorm Kleiderschrank verbringe und immer sage, ich weiß nicht, was ich anziehen soll, ich kann mich nicht entscheiden. Ich hatte früher super viele Farben, also kunterbunt und super viele Muster, alles, was gar nicht zusammenpasste und es hat mich einfach immer sehr, sehr unzufrieden gemacht und das habe ich mittlerweile nicht mehr. Erstens, weil ich fast alle Muster verbannt habe und zweitens, weil ich sehr viel weniger Farben in meinem Kleiderschrank habe. Trotzdem hatte ich so in den letzten zwei Jahren noch so das ein oder andere Mal, dass ich gemerkt habe, das passt da nicht zu, das passt da nicht zu und manche Teile habe ich halt einfach irgendwie kaum angezogen und ja, da habe ich so ein bisschen mehr hingehorcht und bin jetzt so zu dem Schluss gekommen, dass es daran liegt, dass meine Farbpalette noch nicht perfekt ist. Schon im letzten halben Jahr oder Jahr habe ich darauf geachtet, was ich für Farben kaufe und habe von manchen Farben bewusst mehr gekauft und von manchen Farben halt bewusst weniger oder gar nichts mehr. Wenn ihr meine Ausmistvideos seht, dann habt ihr vielleicht auch schon bemerkt, dass ich manche Farben versuche aus meinem Kleiderschrank komplett zu verbannen. Das hat den einfachen Grund, dass ich mir eine Farbpalette erschaffen möchte, bei der ich nämlich super einfach bestimmte Sachen miteinander kombinieren kann. Beispiel, ich hatte früher zum Beispiel eine lilane Jeans, ich hatte eine grüne Jeans, ich hatte eine braune Jeans. Also ich hatte ganz, ganz viele verschiedene Farben und Oberteile, aber auch in ganz vielen verschiedenen Farben und es war super schwer, das halt irgendwie alles miteinander zu kombinieren. Manche Hosen, auch die bunten Hosen, die ich damals total toll fand, habe ich halt irgendwie nie angezogen und das ist meiner Meinung nach nicht Sinn und Zweck eines Kleiderschranks. Ja, genug vom Intro und ihr wisst jetzt, warum ich das alles so mache. Jetzt beginnen wir doch einfach mal mit der Farbpalette. Ich habe mir hier schon so ein klein bisschen was vorbereitet und habe hier einige Teile hingelegt, dass ich euch das so ein bisschen zeigen kann. Wir fangen jetzt erstmal bei den dunklen Tönen an, beziehungsweise einmal bei schwarz zum Beispiel. Ich habe eine schwarze Jeans, ich habe ganz, ganz viele schwarze Tops zum Beispiel. Ich habe auch schwarze Pullover, ich habe schwarze Strickjacken und also schwarz zieht sich sehr, sehr viel durch meinen Kleiderschrank. Das ist eine Farbe, die ist einfach immer wieder super kombinierbar und ich kann zu dieser schwarzen Hose zum Beispiel wirklich irgendwie alles anziehen. Also selbst wenn ich jetzt irgendwie bunte Oberteile hätte, kann ich zu ihr alles tragen und deswegen finde ich diese Hose einfach unheimlich wichtig. Auch Leggings habe ich alle in schwarz. Ich habe eine Thermoleggings, die ist nicht schwarz, zu der Farbe kommen wir gleich. Da muss ich aber auch sagen, die ist ein bisschen schwieriger zu kombinieren. Da habe ich auch schon mal überlegt, ob ich die auswechsel, dass ich zwei schwarze Thermoleggings habe und nicht eine schwarze und eine andere. Schwarz ist also ein absolutes Basic und super wichtig für meinen Kleiderschrank. Die nächst dunklere Farbe ist dann so ein dunkles Grau, vielleicht auch manchmal in Richtung Anthrazit, also ist es nicht ganz schwarz und wirkt dadurch manchmal so ein bisschen auflockernder, finde ich. Also Grau kann zwar sehr nichtssagend wirken, finde ich, aber es kommt halt immer darauf an, welche Teile man hat und vor allen Dingen, was man dazu kombiniert, ist mir aufgefallen. Ich war früher nicht so der Stylo-Profi, auch wenn ich irgendwie so einen kunterbunten Kleiderschrank hatte und eigentlich super gerne shoppen gegangen bin, mega viele Muster hatte. Ich hatte aber trotzdem keine Ahnung davon, wie man die Sachen vernünftig kombiniert, dass sie gut aussehen. Mittlerweile habe ich das so ein bisschen raus und ja, mit solchen Farben geht das nämlich auch ganz gut. Die können auch sehr gut schick aussehen. Grau habe ich dann aber auch wirklich in verschiedenen Abstufungen, also von hellgrau bis mittelgrau und dunkelgrau bis anthrazit. Also das zieht sich dann alles so durch meinen Kleiderschrank und ja, die Sachen sind einfach alle immer sehr, sehr schön zu kombinieren. Grau, finde ich, ist halt auch ein totales Basic, kann aber halt eben richtig hervorstechen, sodass man die Sachen auch so ein bisschen in den Fokus rücken kann und das ganze Outfit nicht so untergeht, wie bei einem Outfit, was jetzt so komplett durch nur schwarz ist. Und es ist trotzdem irgendwie noch so ein bisschen zurückhaltend. Mag ich ganz gerne. Dann gehen wir mal weiter zu Weiß. Ich habe jetzt hier so ein richtig strahlend weißes T-Shirt zum Beispiel an. Weiß findet sich super viel in meinem Kleiderschrank wieder. Also so oft wie keine andere Farbe mittlerweile, glaube ich. Also ich glaube, sie hat sogar schwarz schon überholt, wobei schwarz früher eigentlich so die Farbe war, die am meisten in meinem Kleiderschrank vertreten war. Ist jetzt mittlerweile weiß wirklich in den Vordergrund gerückt, denn irgendwie seit, ich glaube, zwei Jahren, drei Jahren, ich glaube seit zwei Jahren oder so, habe ich halt irgendwie weiß für mich entdeckt. Früher hatte ich fast gar keine weißen Teile, was wirklich ein bisschen zu Schulden war, dass ich halt irgendwie keine Lust hatte, die Wäsche zu trennen, wenn ich mal ein weißes Teil hatte. Und dann nur ein oder zwei habe ich das halt nicht separat gewaschen. Und dann sind die schnell verfärbt. Und deswegen habe ich mir irgendwann halt keine weißen Teile mehr gekauft. Dann habe ich aber irgendwann richtig, richtig Lust auf Weiß. Und dann habe ich mir einige gekauft, sodass ich halt auch irgendwie sagen konnte, okay, jetzt irgendwie so für sechs Teile oder so schmeiße ich vielleicht schon eine Waschmaschine an. Und es gefällt mir so gut, dass ich mir noch mehr hole, sodass ich irgendwann halt auch die Weißwäsche komplett einen Waschmaschinengang füllen kann, was ich mittlerweile definitiv kann. Und ja, so bin ich dazu gekommen, jetzt wirklich irgendwie mehr Weiß zuzulegen. Und ich muss sagen, es hat sich gelohnt. Ich fühle mich in Weiß einfach immer sehr viel strahlender, freudiger, offener. Ich weiß nicht. Also irgendwie untermalt ist so meine Offenheit und mein Glücklichsein. Das strahlt mehr, wenn ich Weiß anhabe, habe ich halt einfach irgendwie so ein Gefühl. Außerdem, wenn ich zum Beispiel im Sommer gebräunt bin, mag ich diesen Kontrast halt auch richtig gerne, so von Weiß und gebräunte Haut. Das mag ich zum Beispiel auch richtig gerne. Ich merke mittlerweile sogar wirklich, wenn ich komplett schwarz angezogen bin, dass ich mich einfach nicht so fühle, als hätte ich eine so freudige Ausstrahlung. Ich weiß nicht. Habt ihr sowas auch? Also ich merke halt wirklich, dass es nicht immer nur das eine Teil ist, in dem man sich super wohl fühlt und man deswegen halt einfach irgendwie besser strahlt, sondern manchmal ist es halt irgendwie auch die Farbe, glaube ich. Ja, als nächstes kommen wir dann zu Creme Weiß. Also ich habe auch einige Teile in Creme Weiß. Die kann man auch immer richtig schön kombinieren. Habe ich zum Beispiel jetzt einmal so ein Jäckchen im Boho-Stil, was ich unheimlich gerne mag. Das habe ich auf Eberkleinanzeigen ergattert. Und ja, das ist auch einfach eine Farbe, die ich früher irgendwie nicht so mochte. Ich wusste nicht wirklich, warum Creme Weiß. Mittlerweile muss ich sagen, habe ich Gefallen an diesen verschiedenen Weißtönen gefunden. Und ich mag es ganz gerne, manchmal Creme Weiß anzuhaben und nicht so strahlendes Weiß. Das ist genauso wie mit dem Schwarz und dem Grau. Irgendwie hat man Lust auf was Dunkles, aber dann vielleicht doch nicht auf so extrem Dunkeln. Und dann wählt man vielleicht irgendwie einen dunkleren Grauton. Und genauso ist das hier halt irgendwie auch. Dann gehen wir in der Farbabstufung mal weiter. Das hier, das geht schon ein bisschen in Richtung Beige. Das ist nicht mehr wirklich Creme Weiß, sondern so ein ganz, ganz helles Beige. Kann man auch unheimlich gut kombinieren und mag ich unheimlich gerne mittlerweile in meinem Kleiderschrank. Das geht dann alles so ein bisschen in diese Nude-Töne. Und ja, das mag ich einfach total gerne. Ich finde so diese Nude-Töne und Brauntöne und so, die stehen mir halt irgendwie auch ganz gut. In denen fühle ich mich halt auch irgendwie sehr, sehr wohl. Und ja, man kann sie sehr, sehr einfach miteinander kombinieren. Dann gehen wir auch hier weiter in die Abstufung. Jetzt sind wir hier schon bei so einem kräftigeren Beige. Auch das ziehe ich unheimlich gerne an. Und ich habe auch vor mir in dem Farbton, also ungefähr in so einem Farbton, vielleicht auch einige Tops oder T-Shirts oder so zuzulegen. Im Moment habe ich nicht so viele Teile in diesem Farbton, aber den möchte ich auf jeden Fall ein bisschen mehr in meiner Garderobe einbringen. Dann würden wir als nächste Abstufung schon zu einem relativ wärmeren Braun kommen. Und auch den Farbton mag ich unheimlich gerne. Und diese Brauntöne möchte ich halt auch mehr in meinem Kleiderschrank wiederfinden. Ich habe vor, vielleicht so ein paar schwarze Teile auch auszutauschen, dass der Schwarzanteil vielleicht so ein bisschen geringer wird, vor allen Dingen was so Oberteile angeht. Und dass ich Schwarz vielleicht, klar, manche Kleider habe ich auch in Schwarz, die behalte ich auch in Schwarz, aber Schwarz vielleicht mehr für Hosen, also mehr in dem Bereich und obenrum für Pullover und T-Shirts und sowas vielleicht alles irgendwie so ein bisschen heller. Also ich habe ja schon viel in Weiß, habe ich ja eben gesagt, aber halt eben auch in solchen verschiedenen Beige und Brauntönen. Auch in Dunkelbraun habe ich was. Und das muss ich jetzt nicht unbedingt mega erweitern. Es ist aber auch eine Farbe, die ich in meinem Kleiderschrank habe. Ich habe zum Beispiel auch einen Gürtel in der braunen Farbe. Und es passt einfach sehr, sehr gut zu dieser ganzen Farbpalette. Deswegen auch in Schals und sowas findet sich dieser Farbton auch immer mal wieder. Ich würde jetzt aber nicht wie bei den anderen helleren Brauntönen hingehen und sagen, ich möchte unbedingt irgendwie mehr Oberteile in dieser Farbe haben. Denn ja, Oberteile möchte ich dann halt schon eigentlich eher etwas heller. Dann kommen wir dazu passend zu einer etwas kräftigeren Farbe. Und das ist jetzt so ein Senfgelb. Also so ein Senfgelb möchte ich in meiner Farbpalette aufnehmen. Da habe ich mir jetzt dieses Teil hier neu gekauft. Aber vielleicht auch so ein bisschen in Richtung Orange, vielleicht ein bisschen in Richtung Gelb. Aber auch da muss ich noch mal so ein klein bisschen schauen, welche Farbtöne genau. Im Moment finde ich diesen Farbton sehr, sehr gut für die Farbpalette. Und ja, kann mir aber eventuell für die Zukunft vorstellen, dass vielleicht noch so ein bisschen in Orange, vielleicht dann auch so ein bisschen gedämpfteres Orange. Ich weiß nicht, ob ich so ein knalliges Orange irgendwie in meiner Farbpalette aufnehmen würde. Vielleicht dann wirklich eher so ein bisschen, ja, ein bisschen gedämpfteres. Und auch was das Gelb angeht, bin ich mit dem hier ganz zufrieden. Ich kann mir aber vorstellen, dass so ein knalliges Gelb bei dem einen oder anderen Teil auch ganz gut aussehen würde. Da muss ich aber sagen, finde ich schon wieder so ein bisschen schwieriger mit dem Kombinieren, was dann die ganzen Jacken angeht. Das würde ich mir noch mal überlegen und erstmal hier bei dem Senfgelb bleiben, denn das kann man auch super mit den anderen Sachen kombinieren. Dann kommen wir zu den Blautönen. Ich habe zwei Jeans in so einem hellen Blauton. Und die kombiniere ich auch unheimlich gerne mit zum Beispiel weißen T-Shirts oder mit weißen Pullovern oder so. Die Kombination von diesem hellen Blau und, ja, irgendwie hellen Farben obenrum mag ich unheimlich gerne. Auch irgendwie mit Beige oder solchen Sachen. Deswegen, das lässt sich unheimlich gut kombinieren. Auch mit Grau übrigens mag ich diese Farbkombination unheimlich gerne. Deswegen, ja, hellblau als Jeans ist mir auch unheimlich wichtig. Ihr wisst vielleicht, wenn ihr das ausmisst, wie du gesehen habt, dass ich allerdings meine dunkelblauen T-Shirts ausgemistet habe. Also dieses richtige dunkelblau steht mir eigentlich gut, aber ich mag es einfach nicht. Ich mag es nicht in der Farbpalette. Ich mag es halt einfach irgendwie kombiniert nicht so gerne. Also ich sehe, dass es theoretisch gut aussieht, aber von meinem Geschmack her mag ich die Farbe einfach nicht so gerne. Deswegen habe ich so das einzige Oberteil, was ich so sonst noch trage, ja, ist halt auch ein Jeanshemd. Das trage ich aber wirklich eher so drüber offen mit einem weißen T-Shirt drunter, zum Beispiel halt wie so eine Strickjacke oder sowas. Oder ich knote es vorne sogar einfach zu. Und das mag ich ganz gerne. Und, ja, das ist, glaube ich, auch so das einzige richtige Oberteil, was halt irgendwie im Blau bleibt. Aber das ist halt auch so ein etwas helleres Blau und kein dunkles Blau. Ich habe da jetzt aber auch nicht vor, mir irgendwie noch viele andere Jeanshemden oder sowas zu kaufen. Da reicht mir eigentlich eins, denn ich muss sagen, diesen hellen Blauton oder generell so einen Blauton mag ich ganz gerne in Kombination mit den Haaren. Nicht gleichzeitig zusammen mit der hellblauen Hose. Da muss ich schon die schwarze Hose anhaben, vielleicht ein schwarzes Oberteil zum Beispiel und dann die drüber. Das mag ich halt auch richtig gerne. Oder mit einem weißen T-Shirt und das drüber. Aber dann nicht in Kombination mit der blauen Hose. Da muss ich schon halt irgendwie eine andere Hose anhaben. Sonst, ich mag das nicht, wenn jetzt irgendwie unten Jeansfarbe ist. Also so eine blaue Jeansfarbe und oben auch. Genauso sieht es mit meiner Jeansjacke aus. Die ist nochmal so ein Tick dunkler. Das ist jetzt kein richtiges Dunkelblau. Es ist halt eher so ein, ja, normales Jeansblau. Und ja, die würde ich als Hose, diese Farbe, auch nicht unbedingt wählen. Muss ich sagen. Also im Moment auf jeden Fall nicht. Aber auch die Jeansjacke. Ich mag wieder die Kombination halt einfach mit meiner Haarfarbe. Und deswegen mag ich die auch unheimlich gerne. Trage ich, wie gesagt, halt auch irgendwie so der schwarzen Jeans. Aber auch da ist das halt einfach irgendwie so ein Teil in meiner Farbpalette, was ich ab und zu mal anziehe. Da habe ich auch nicht vor, jetzt in dieser Farbe mir irgendwie viele Teile zuzulegen. Da bin ich froh, dass ich die Jeansjacke habe. Dass ich manchmal einfach diesen Style ausleben kann. Und einfach irgendwie so diese Farbkombination tragen kann. Das mag ich halt irgendwie ganz gerne. Aber das reicht dann auch. Ja, und dann habe ich eine Farbe, die ich auch eigentlich aus meinem Kladderschrank verbannt habe. Oder verbannen wollte. Und zwar ist es dieses Grün. Das steht mir eigentlich auch unheimlich gerne. Ich habe jetzt allerdings noch ein Teil. Und ja, weil das diese Palmblätter drauf hat, mag ich das nicht wirklich aussortieren. Ich habe das auch nochmal in Weiß. In Weiß ziehe ich das eigentlich lieber an. Aber ich weiß nicht. Im Moment hänge ich da noch so ein bisschen dran. Und mag halt einfach unheimlich gerne so diesen Palmen-Style. Und ja, weil die halt eben eigentlich auch grün sind, passt das eigentlich unheimlich gut. Von der Farbe und von dem Muster her. Ich habe nämlich auch, fällt mir gerade ein, darf ich nicht vergessen, eine kurze Hose. Die ist auch in einem grünen Ton. Die hole ich sofort nochmal. Und zwar ist das diese Hose. Und ja, die ist halt auch in so einem grünen Ton. Aber auch wieder mit diesen Palmblättern drauf. Und die mag ich doch ganz gerne. Also ich habe rausgefunden, auch bei diesem Grünton fühle ich mich irgendwie wohler, wenn der so ein klein bisschen heller ist. Beziehungsweise es ist ja ein anderer Grünton. Und nicht dieser dunkle Grünton, der jetzt irgendwie vor zwei Jahren oder vor ein, zwei Jahren in Mode war. Auch wenn der mir unheimlich gut steht, fühle ich mich in dem ein bisschen wohler, muss ich sagen. Und auch als Hose, als als Oberteil. Ja, aber die beiden Teile, die bleiben auf jeden Fall. Ich stehe halt einfach total auf dieses Palmmuster. Und könnte ich mir die in eine andere Farbe zaubern, würde ich mir die wahrscheinlich auch in irgendwie so verschiedene Brauntöne. Oder irgendwie so ein, vielleicht ein dunkles Beige mit hellen Beigenblättern drauf oder so. Da würde sie mir wahrscheinlich besser gefallen. Aber ich trage die so unheimlich gerne. Die ist so gemütlich. Und ich mag sie einfach so gerne. Deswegen bleibt die auf jeden Fall. Und ja, diese Grüntöne bleiben dann halt eben auch noch ein bisschen in meinem Kleiderschrank. Einfach, ja, weil ich die beiden Teile so gerne mag. Ja, das ist meine Farbpalette gewesen von meinem Kleiderschrank. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie findet ihr die Farbpalette? Hättet ihr noch irgendwie andere Ideen, Inspirationen? Oder ja, wie sieht eure Farbpalette aus? Schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich wieder von euch lesen darf. Ich hoffe, das Video hat euch irgendwie mit ein bisschen inspiriert oder so. Gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Denn das unterstützt den Kanal, dann werden meine Videos besser angezeigt. Und das freut mich natürlich sehr. Ansonsten, ja, würde ich sagen, wenn ihr noch nicht gesehen habt, wie ich meinen Kleiderschrank ausgemistet habe und was alles rausgeflogen ist, schaut euch gerne mal das letzte Video an. Und auch in dem vorletzten Video habe ich euch ein paar neue Teile vorgestellt. Da ging es auch um den Kleiderschrank. Ich weiß, so ein paar viele Kleiderschrankvideos hintereinander. Aber so ist das gerade nun mal. Dann schaut euch doch auch gerne das Video noch an. Ansonsten würde ich sagen, neue Videos gibt es immer am Donnerstag um 18 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr. Wenn ihr den Kanal noch nicht überabonniert habt, dann tut das auf jeden Fall und drückt auf die Glocke für Benachrichtigungen. Und jetzt wünsche ich euch ein ganz, ganz wundervolles Wochenende, wollte ich schon sagen. Einen ganz, ganz wundervollen Tag. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao!